einen wunderschönen sonntag wünsche ich euch allen herzlich willkommen zu diesem blog heute ich treffe mich gleich mit einer unbestimmten anzahl an leuten mal gucken wer kommt und wer nicht wir fahren heute eine deisterrunde mit noch ein paar anderen hügeln kurz über 70 kilometer 1000 höhenmeter ich bin ein bisschen spät dran ab geht's so viel zu spät dran es ist keiner da ich bin wohl doch nicht spät dran ja mal schauen vielleicht kommt auch gar keiner ich weiß es nicht wir werden sehen hallo noch mal zwei Na? Hallo. Moin. Moin. Grüß dich. Na, alles gut? Ja, seid ihr? Ja. Sind wir vollständig? Nein. Der wartet da hinten. Der wartet da? Ja, der wohnt ja da. Hallo. Grüß dich. Moin. Hanno. Geil. Das ist voll der Raffa-Squat, ey. Seine Gore-Huse auch angezogen. Ein bisschen aus der Reihe dran. Ähm, ja. Aber nicht zu wild, ne? Ich bin ein richtiger Packesel heute. Ja, ja. Ich bin gestern schon 100 Kilometer gefahren. Hab ich gesehen, ja. Aber ich bin auch 60 gefahren. Ich zeichne nur nicht mehr auf. Ja, das ist vielleicht auch cleverer. Ja, genau. Das sagen alle. Ja, 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 genau. Ja, ja, genau. Aber die Alfinstine ist es. Ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, ich muss meine Schuhe ausziehen, um hier hochzukommen Es tut mir leid Ja, ich hatte ein bisschen wenig Zeit für die Route Aber macht Spaß trotzdem Ja, ich hatte ein bisschen Zeit für die Route Wir hätten wahrscheinlich so easy einen Umweg fahren können, der so fünfmal schneller Ich kann nicht miss a shot, weißt du, ich muss auf jeden Fall filmen, es geht nicht anders Okay, Rennrad, Kliez und Baumstämme, ich habe schon Erfahrung Hattest du das? Ich glaube schon, unfilm Oh shit Oh shit Oh shit Danke Danke Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Das war knapp Ich habe eine Woche Vorhabe Das sieht nicht gut aus Wirklich nicht Ich sage von hier schon Tschüss Tschüss Alles Liebe, alles Gute Alles Gute Alles Gute Alles Gute Ich sage von hier schon